Yo Freunde, jetzt willkommen beim neuen Part Let's get a Platin GTA 5 GTF, was wie immer ihr auch wollt mit Niron hier. Ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich haben wir gestern, äh gestern sag ich schon, im Moment, Mikro jetzt mal den heranbringen, so. Haben wir in der letzten Mission irgendwie was zufälliges gemacht, von Travel Mission irgendwie angenommen, obwohl ich nur Charakter gewechselt habe und es hat zur Hauptmission gezählt. Und ja, jetzt habe ich eine gute Nachricht von meinem besten Kumpel bekommen. Weil ich mich ja so beschwert habe, wegen dieser Dome-Mission von Franklin, dass es da einen Kran gibt, wo ich hochklettern kann. Und das muss ich ja jetzt gleich mal überprüfen irgendwie. So, das bedeutet, ich gehe da jetzt mal hin, gucke aber vorher nochmal nach den Aktien, die müssen endlich mal fort, damit ich die eine Mission nochmal machen kann. Ach komm, das hat keinen Sinn mehr. Ich verkaufe das jetzt einfach. Legt mir doch die Füße, ey. So, bestätigen, weiter. Kein Bock mehr zu warten, ohne Scheiß. Ich habe so das Gefühl, das geht ihm überhaupt nicht mehr hoch irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Bruder Adrian geschrieben. Also, gerade gerückt. Dann teste ich das jetzt gerade mal aus, ey, mit dem Dom. Wenn es nicht klappen sollte, dann bleibt mir noch diese Attentatsmission, weil die Hand sind ja irgendwie noch gar nicht so alles aktualisiert worden. Er sagt, es wäre irgendwas mit dem gelben Kran gewesen, wo ich hochklettern kann. Ich meine, der eine hat ja geschrieben, dieser SMS, dass er irgendwie das Free Climbing gemacht hat. Ich glaube, dass Rockstars das so programmiert hat, dass man sich da für ein Heli kaufen muss, sollte, kann. Guck ich mir das jetzt erstmal hier an, Freunde. So. Guck ich erstmal rum. Da ist ein Kran. Meint er den? Geh ich doch grad mal hin. Wie soll ich denn da hochkommen? Hm. Wie soll ich denn da in das Haus dran kommen? Wenn ich da drüben bin. Wie soll das denn gehen? Ist das vielleicht irgendwie ein Haupteingang oder so? Wenn ich mal reinmaschinen könnte? Ne, geht nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde eigentlich nicht gerne haben wollen, dass der Job da mitgeht. Da geht's auch nicht rein. Also reingehen. Tut's auf keinen Fall. Und die Texturen sind jetzt auch nicht so dermaßen gemacht, dass ich da... Ja, ist auch zu... Ne, ist auch zu... Wie gesagt, gut, Freunde, dann muss ich das jetzt mal testen, ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass das... Wäre nett, bitte, 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 schreibt's in die Kommentare, wie ich das machen kann hier. Damit ich das endlich mal hinter mir habe. Bitte, 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 bitte. gibt die tisch bitte des mails towers jetzt hab ich versuch's mal da gehts ja doch ganz schön tief runter das hab ich echt nicht gedacht Freunde das wäre so ein kleiner wie so ein kleiner Zaum wo ich drüber hüpfen könnte gut so kann man sich täuschen da ist ne F-Mission dazugekommen Och come on Och come on ey Ich bin echt hin und her gerissen Freunde Jetzt Mach dich ab ey Die hat ja mal gar kein Händling Das Auto hier Überhaupt keins Und das hat auch kein Tempo Boah Das ist ein Schiff ey Ja So dann gucken wir mal Freunde der Nacht des Tages und des Mittags So Also hier ist auf jeden Fall ein Kran Und rein Und hier hoch Uuuu 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 So Da geht es weiter hoch. Und wenn nicht, habe ich das auch mal gekundschaftet. Ausgekundschaftet. So rum. Ach ja, ach ja. Klettern, 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 klettern. So. Oh, come on. Jetzt geht es hier weiter. Das wäre lustig. Wenn er mich jetzt nicht verarscht hat, mein bester Kumpel hier, das war jetzt total umsonst. Dann heule ich. Das ist auf jeden Fall der Tower. Oh Moment, vielleicht kann ich den Kran so verschieben und dann auf den Kran so klettern und dass ich dann da dann abspringen kann bei dem Dings. Boah, das wäre natürlich Hammer. Boah, das wäre richtig gut durchdacht von Rockstar. Ui, das wäre echt... Ich glaube, wenn ich hier runter springe, bin ich tot. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Das war Flüsterversion. Kann ich das eigentlich? Moment, muss ich mal testen. Ich bin Batman. Nein. Ne, ich kann es nicht. Das können Leute besser als ich. Moment, hier hoch musst du in Franklin. Boah, bist ja schon fast beschäftigt, hier eine halbe Stunde lang hier hoch zu klettern. Hmm, willkommen. Hmm. 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 Ich hab auch mal Team Deathmatch gespielt, glaub ich, im Online-Modus. Ist das das Gebäude? Puh, da wird ja mich ganz schwindelig. Hm. Was gibt's hier hinten? Einen Fallschirm. Okay, kann ich mit dem Fallschirm runter, aber... Was stehe ich denn da? Also bestimmt da oben. Wie soll ich da denn hinkommen? Nein, 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 oh Mann! Oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank. Da wär ja gar keine Absicherung mehr. So, jetzt hab ich aber kein Dings mehr, ey. Oh shit, was ist, wenn ich ihn jetzt brauche? So. Was war denn jetzt los? Und ich verschwindet der und ich kann mir wieder einschauen. Jetzt vorsichtig, Freunde, hier. Hier kann ich runterfallen, das ist ein Problem irgendwie. Ja gut, da ist wieder einer. Jetzt ganz vorsichtig, Freunde, ganz vorsichtig. Geradeaus. Kamera nicht ändern? Geradeaus. Kann ich irgendwas aktivieren? Nee, kann ich einen Fallschirmsprung starten? Oh Gott. Schnipsel gesammelt. Okay. Cool. Wie komm ich da jetzt hin? Ah. Komm runter mit dir. Wie gehst du runter, Frau Kumpel? Gehst du hier runter, Kumpel? Ja gut, sehr schön. Vielleicht muss ich Steuerkreuz drücken. Ich kann dann einen Fallschirmsprung starten und dann kann ich mich dann da abseilen. Ich mach. Wer hochsteigt. Ich denke, das war eine gute Idee. Da hoch... Aber wie komm ich da hoch? Toll. Toll. Mann, es klappt einfach gar nichts. Spring vom Korn. Gut, hab ich wenigstens die Ausdauer jetzt mal auf 100 gebracht. Ach komm. Das war verkehrt. So. Und jetzt? Leeroy Jenkins! Oh, verdammt, das war er. Wo ist denn der Truck? Verdammt. Oh, shit. Full verfehlt. Guck dich das an. Verdammt, das war verkehrt. Nochmal springen. Ich hab ihn jetzt gar nicht gesehen, den... 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 So. Jetzt selber. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Komm, sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Spring! Toll. Das hat mir nichts gebracht. Ich komme da nicht hin. Ah. Ah. Ich komme da nicht hin. Ich komme da einfach nicht hin. Ich komme da einfach nicht hin. Bitte helft mir, Freunde. Schreibt es in die Kommentare bitte, wie ich da hinkomme. Ich werde echt noch sauer. Ich komme da nicht hin. 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 Hm. Ja, ok. Komm, komm, komm. So, eins, zwei. Nein! Ich dachte, er wäre tot. Wenn ich diese Mission machen möchte, diese Dommission, verkacke ich immer alles. Ach, komm, ey. Fick die doch. Sorry. Oh, nein. Jetzt ist wieder der Moment gekommen, wo ich einfach ja keinen Bock auf dieses Spiel habe. Komm, schade dich da, du fährst drüber. Komm... Oh Ich habe noch ein bisschen Zeit, deswegen latsche ich jetzt mal nochmal den Weg dahin Keine Ahnung warum Oh, schön, ein Auto So Fahr ich halt mal rückwärts Kann ich ja nicht wenden So Geht's runter, kann ich mir auch gerade mal andere Klamotten anziehen Die finde ich nicht so cool, die passen dann so zu Franklin finde ich Die fand ich bisher am coolsten Ja Gut Speichere ich jetzt nochmal Oh Ja So So Freunde, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wie uns wieder heißt Let's get a Platin GTA 5 mit Neuron und Ja, lasst im dritten Schritt euer Neuron Nears out Und bitte in die Kommentare schreiben, wie ich diese Domies hier untermachen kann Ich würde mich echt sehr freuen Yes So 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 So